Hallo, ich bin der Markus von Gridscale und zeige dir in diesem Video, wie du Snapshots erstellst und was du damit für Möglichkeiten hast. Bei Gridscale hast du die Möglichkeit, Snapshots manuell zu erstellen oder sie geplant vom System erstellen zu lassen. Vorab sollte aber erwähnt sein, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, den Server herunterzufahren, bevor man einen Snapshot erstellt, um Datenverluste vorzubeugen. Als erstes möchte ich dir zeigen, wie du manuell einen Snapshot erstellst. Dazu klickst du als erstes auf das gewünschte Storage, von welchem du einen Snapshot erstellen möchtest. Folgend öffnet sich das Storage Panel, wo du dann lediglich auf Snapshot erstellen klickst. Anschließend wählst du einen Namen für das Snapshot oder nimmst den vorgegebenen Namen. Ein Klick auf Snapshot erstellen und der gewünschte Snapshot ist in wenigen Sekunden unter Snapshots im Storage Panel zu finden. Im Storage Panel hast du dann die Möglichkeit, den Storage auf den Stand des Snapshots zurückzusetzen oder den Snapshot in ein Template umzuwandeln sowie erstellte Snapshots zu löschen. Mit der Möglichkeit, einen Snapshot in ein eigenes Template umzuwandeln, bist du in der Lage, mit wenigen Klicks einen neuen Server mit einem geklonten Storage zu erstellen. Dazu klickst du auf das Icon Wandel den Snapshot in ein Template um, gibst dann einen Namen für das Template ein und klickst auf Template erstellen. Anschließend findest du das Template unter eigene Templates im Storage Panel beim Erstellen eines neuen Storage oder unter dem Hauptmenüpunkt Templates. Dort kannst du deine Templates auch umbenennen oder löschen. Außerdem hast du noch die Möglichkeit, Snapshots zu planen und automatisch vom System erstellen zu lassen. Dazu klickst du wieder auf das gewünschte Storage, wovon automatisch Snapshots erstellt werden sollen und dann auf Snapshot planen. Im Großen und Ganzen erklären sich die Möglichkeiten für geplante Snapshots von selbst. Du gibst dem Snapshotplan einen Namen, einen Datum für die erste Ausführung, wählst einen Intervall aus und gibst die maximale Anzahl der Snapshots an. Außerdem kannst du noch auf Expertenmodus klicken, um ein genaueres Intervall in Stunden anzugeben. Wenn du mit deinen Eingaben zufrieden bist, bestätige sie mit einem Klick auf Plan erstellen. Das war's auch schon, somit wären wir mit der Einrichtung automatischer Snapshots durch. Wenn dir das Video gefallen hat und ich dir weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen weiteren Besuch auf unserem Kanal freuen. Hoffentlich bis bald! Dodge Plot Dodge Plot Oops bis bald! Bing Bis zum nächsten Mal.